Jojojojo, hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play! Ähm, was... Let's Play, äh... Let's Play... Die Duckdales! Ja genau, Let's Play Duckdales mit Bernie! Let's in Folge habe ich da hinten etwas vergessen zu holen. Mal vergessen, ich will euch einfach nur zeigen, was man hier so finden kann alles in diesem... Transylvanien oder wie das heißt. Hüpf! Hüpf! Und boing! Und hinunter! Und boing! Boing! Und boing! 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 Und richtig viel Kohle! Und Kohle über Kohle! Und... Jeehee! Wie kann das jemand überleben, wenn man von so Tiefen nicht hinunter fällt? Immer so lupfen da, oder? Du... 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 Ja, als nächstes habe ich vor. Die sind wir geholt. Jetzt gehen wir zu Bruni. Ich glaube schon, dass die Brunhilde heißt. Die Bruni, die Knuni, die Schorci, die Borgi... Die Bruni... Und Kohle! Und Kohle! Und Kohle! Wieder mehr Kohle bekomme ich hier! Und ein Eis! Lecker lecker! Und die Kohle! Oh, noch so ein Geist! Du Gön! Oh, jetzt erwischen wir nicht von einem Schweif! So ein Mistvieh! Jetzt sage ich leid, ein Mistvieh sagt man nicht. Aber... So Bruni! Jetzt bist du dran! Jetzt geht's dir an den Kragen! Aber erst das nächste Mal! Und zack! Komm runter! Komm, 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 komm! Komm, du! Böse, du! Komm her, du! Nein, geh nach mir! Nein! Du Mistvieh, du! Brrrr! Da kriegt man einen aus Zucker! Wie dann? Weiß ich nicht, irgendwer sagen. Dann machen wir's halt noch einmal! Aber dieses Mal gehen wir dann schnell durchlaufen. Und hüpfen, und hüpfen, und hüpfen! Und ducken! Und hüpfen! Und hüpfen, 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 hüpfen! So! Aber jetzt! Aber jetzt! Einmal! Und... Ah! Scheiße! Achso, das sagt man nicht. Komm runter! Kommst du runter! Genau! Bravo! Nein! Ich habe jetzt einen Treffer, glaube ich, oder? Einer oder zwei. So irgendwie in der Größenordnung. So, den müssen wir auslassen. Achso! Einmal oder zweimal. Ja! 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 Endlich! Boah! Sorry Leute! Boah! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Jawohl! Und wir haben recht viel Kohle! Boah! Tagebeer zu bist! Richtig! Und wir gehen jetzt in die afrikanischen Minen! Afrikanische Minen! Ja! Ja! Was sagst du? Leo! Ja! You need a key! To get in! This in! Transylvanien! Okay! Müssen wir wieder zurück ins Transylvanien! Okay! Ja! Dann gehen wir halt wieder hier ein bisschen her! Dack, 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 dack! Und dies findet man hier drinnen! Einfach rauf! Und hinein beamen lassen! Und dann bekommt man hier den Schlüssel! Eurekia! It's the skeleton key! To the Min! Und da wieder raus! Und wir gehen wieder in die Mine! Schneckentöten macht so viel Spaß! Ja! Das macht mich da! Fleder! Oh! Ih! Fledermäuse! Aha! Biu! 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 Geld über Geld regnet's hier! Fledermäuse töten macht Spaß! So richtig viel Spaß! Und der Siegbarmodus da findet man jetzt wieder zwei so Sachen! Und was finden wir hier? Essen und Geld! wir gehen herunter, so finden wir da was nützliches, ah da ist ein Geheimgang, ein Leben, aber wir gehen wieder zurück, denn da hinten, glaube ich, finden wir auch noch irgendwas, genau, von dieser bekommen wir wieder Leben zurück, ja, aber ich glaube, wir gehen zuerst hinten rüber, schauen wir mal, was wir da finden, ah, ich hätte, glaube ich, zuerst drüben hingesehen, und wieder diese, oh, wie die Hasse, genau, hier bekommt man auch wieder so ein Leben, Geheimgänge, so schnell gefunden, ja, wo gehen wir jetzt hin, na, wieso springst du nicht, Onkel Dagobert, Onkel Dagobert, springen, habe ich gesagt, Ah, Mist, da müssen wir es halt noch mehr machen, Fledermaus herunterschießen, und weitergehen, und wieder runterschießen, da mal da, und runterfallen lassen, Ich muss mal schnell mehr Leben holen, damit ich wieder ein bisschen frischer bin, eins und zwei, danke für die Eisbällchen, oder sind es Törtchen, keine Ahnung, Machst du die kaputt, oder muss ich mir die selber kaputt machen, Aha, da kommt man da an, praktisch ist jetzt die, die andere Seite von, da wo wir vorher angekommen werden, und hinunter, Wasser, Wasser, Wasser ist zum Waschen da, Wasser ist zum Waschen da, Oh, Quaxi, oder Quapuzzi, oder sind es Quaxos, Nein, genau, da muss ich warten, bis der kommt, auf ein neues, ja, anders werde ich schon ein bisschen besser, Das ist halt so, wenn man mit der Tastatur spielen muss, kann man nichts machen, und BAM, und BAM, und fallen, ja, wir machen Fallen Team, aber wir gehen oben rüber, ist sicheriger, oben rüber ist sicheriger, ja, Und fallen, und fallen, und wir sind wieder hier, und ja, hepp, hepp, so, Was, nein, naja, Leute, wir machen da jetzt einen kleinen Cut, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, und da werden wir, in der Folge werden wir das dann schaffen, also, wir sehen uns Leute, bis zur nächsten Folge von Let's Play, Also, ciao Leute!